Asyl ist super Asyl im Eisenbahnhof, was brauchen wir eigentlich noch hier? Kontrolle! Serie Ja, muss ich 2x3 holen, dann Ja, 2x3 genau, oder 1x6, wie wärs damals? Ist ja auch technisch möglich Ja, ist möglich Ja, ich bin schon tot Ja, genau Der A ist sicher, Führung abgegeben Ich mag nicht immer von der Dorn genutzt werden Ja, schöner Headshot Nice one Die Führung 100er Headshot wieder alle Die Waffe ist schon gut, also Jubel von Osiris, Daumen hoch Die Führung völlig Auch der Dorn genutzt, aber der Reich der Waffe schafft, oder was? Ja, der Bote Der Meister ist aber auch gut, also das Automatik wäre, wenn das So nach altem Level wäre, mit 10% mehr Schaden, wäre das richtig, richtig gut Ich bin mein Superschamm 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 Das ist ja gar keiner mehr Ich bin mein Superschamm Ich wollte erstmal den Stormy den想ern langsam Möcht' ich gar nicht so wirklich benutzen Ah, der sitzt da hinten mit der Sniper, da kannst du auch nichts machen Nein, schon wieder ein Teleport killt er mich Wie geht denn sowas? Ich porte jedes Mal raus aus seiner Shotgun Und jedes Mal holt er mich nur Schwere Munition, komm! Boah, ich geh unten zu der schweren Ach was, der Dorn hat jetzt nicht noch weg Oh nein, da kommt einer Ja, ja, ich bin halt 15 Meter von dem weg und er killt mich ja wieder Chaos-Faust Ich hab halt wieder keine Schwere Wie soll ich denn Maschinengewehr-Dings machen, wenn ich nie die Schwere kriege? Das erzähl mir mal Das ist ein relativ unmitteliges Unterfangen Ja, erst mal kriegen und dann noch machen, ja Wahrscheinlich quasi schon vergessen Ich komm gar nicht dazu mit Super-Zumann, da ist keiner und plötzlich schießen sie mich von hinten kaputt Ich geh mal zu C, das bringt doch nichts da oben bei B Ah, klingt hier nicht gut aus Ah, klingt hier nicht gut aus Ah, klingt hier nicht gut aus Da war einer mit C Zone C neutralisiert Wir haben Zone C eingedauert Jawoll Zwei Leute mit der Granate Zwei Leute mit der Granate So, jetzt rausche ich zu B Der, dann geht das mal wieder hin Ich bin so lebe C Hier vous bin so lebe A Zwei Leute mit den Br tanne otti Ber deprimis ihres Führung abgegriffen. Zone B ist neutralisierend. Zone B ist sicher. In Führung. Zone C verloren. Heben die da so irgendwo ein HB. Zone A neutralisierend. Zone C ergenauert. Zone A ist sicher. Ja, das sind zwei weniger und Führung. Das sind zwei weniger und Führung trotzdem. Oh nein, was macht er denn mit dem Fork? Ach komm. Ich spiele auf B. Zone B verloren. Zone B verloren. Zone B erobert. Der ist nicht tot. Ach, das kann doch nicht sein. Ich schieße ihm aus fünf Zentimeter in die Brust rein. Und er stirbt halt einfach nicht. Ich drehe mich halt schon weg, weil ich denke, da kann ich nicht tot sein. Mach mal deinen Super. Der kommt ja schon wieder zu schweren. Ich will die auch immer mal kriegen. Juhu, ich hab mal einen. Also ich mach erstmal defensiv, wenn du das hier machst. C sind sie. Hm. Wieso schießen die eigentlich keine Raketen hier rein? Ich warte schon die ganze Zeit. Ja, das ist low. So, eine 10 neutralisiert. Ja, mach mal Sphären, genau. Ja. Alter, was, wie viel frisst denn der? Hast du schon Messhufe und trotzdem kommt kein Schuss an? Ja, mach mal. Jetzt kommt der von der Seite einfach rein. Das ist halt echt geil. Jetzt ist schwerer wieder für nichts. Ja, super. Ich komm zu dir. Das gibt's doch nicht. Hüpft durch meinen Dings durch, durch meine Nova Bombe. Alter, jetzt verlieren wir das Spiel noch, oder? Was ist denn das? Das kommt kein Schuss an. Du stehst ein Meter neben dem, schießt mit der Shotgun und machst Nahkampf und er überlebt das. Jetzt ist noch einer. Ja, lecker. Nice. Das ist wahrscheinlich der Lady, der gerade auch nicht gestorben ist. Jetzt sterb halt schon wieder. Top. 6.000 Punkte involvierst. Der kriegt Felwinder, ist Lüge. Nice. Läuft. Das ist halt schon geil. Ich hab mal 3 gekriegt, aber nur scheiße, weißt du? Dann wird so ein Rotz den eh gleich wieder zerstößt. Bringt ja auch nix, außer Waffenteile. Naja, ein Gramm und seltsame Münze. Geht schon. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Vielen Dank.